Ja, hallo nochmal von mir. Mein Name ist Patrick Rücker. Ich bin bei der Firma Kaspersky zuständig für den Auf- und Ausbau der Großkundenlandschaft hier in Norddeutschland. Wir haben jetzt ungefähr 20 Minuten zusammen. Da möchte ich Ihnen ein bisschen unsere Sicht der Dinge weitergeben, aber auch vor allem, welche Rolle der Mensch bei diesem Land zu spielen. Das hier kennen Sie alles. Haben Sie ein Netzwerk zu Hause im Einsatz, kennen Sie aber auch aus Ihrem Unternehmensbereich Geräte, die Sie schützen müssen, die also eine Schnittstelle bilden zum Internet, zu Ihren Daten, die Sie im Laden abspeichern. Wie sieht es aber hiermit aus, wenn Sie sich dieses Mal anschauen. Das steht jetzt so exemplarisch für viele, viele verschiedene Produkte des Internet der Dinge, sprich immer mehr Geräte, die Sie sich irgendwie ins Netzwerk einbinden und teilweise nicht berücksichtigen, dass diese ebenso einen Zugriff auf alles haben. So gucken wir uns einfach mal die Stromziele an. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Buch Blackout gelesen hat, da geht es um einen fiktiven Angriff auf genau diesen. Sprich, das sind so Smart Vita in Spanien zum Beispiel sehr weit verbreitet. Das heißt, das sind Stromziele, die eine Verbindung nach außen haben. Diese könnten also theoretisch angegriffen werden wie Heckberg. Jetzt könnte man Ihren Strom dadurch ausschalten, könnte Ihre Alarmanlage dadurch lahmlegen. Man könnte diesen Strom auch großflächig abschalten und wieder hochfahren. Das heißt, diese Kraftwerke kommen damit nicht unbedingt zu Recht, was zum Stromausfall zu so einem Blackout führen könnte. Was kann aber auch passieren, man kann sich Ihren Stromverbrauch mal anschauen. Sind Sie vielleicht am Wochenende immer unterwegs? Sind Sie Wochenendpendler? Sind Sie abends weg? Das kann man ja teilweise anhand des Stromverbrauchs ganz gut nachvollziehen. Oder gucken wir uns mal ein NAS-System an. Also ein Gerät, was Sie sich kaufen, am Ende von Aus-Sicherheitsgründen, um Ihre Daten zu schützen. Das heißt, Sie investieren vielleicht Geld in eine Antivirus-Software, in eine Festplattenverschlüsselung, um diese Daten zu schützen. Was machen Sie am Ende des Tages? Machen ein volles Backup auf Ihre NAS-Systeme und berücksichtigen vielleicht nicht, dass es auch diese zu schützen gibt, da genauso in dieser Hand bzw. Software-Sicherheitsgründen drin sein können, die eben ausgenutzt werden, um hier wiederum an Ihre Daten rankommen zu können. Das bei einem Gerät, was Sie sich aus Sicherheitsgründen gekauft haben. Gucken wir uns auch mal den Router an. Auch hier gab es Besuche, wie könnte man die Route mal ausnutzen dafür. Hat man geguckt, wenn man sich in dem Menü des Routes bewegt, änderte sich auch oben immer die Zahlen der Adresszeiten. So konnte man hier über die Brutforce-Methode herausfinden, welche Zahlen sind noch vergeben, damit auch welche Seiten, die dahinter stecken, auf denen sich wieder Funktionen befinden, und dokumentierte Funktionen, die der Internet-Service-Provider im Zugriff hat, der Hersteller, nicht aber unbedingt wir als Endanwender und eigentlich Administrator und Inhaber dieses Geräts. Da waren dann teilweise auch Funktionen dabei, wie zum Beispiel Remote zu kaufen. Was gibt es noch? Gucken wir uns mal an, zum Beispiel einen Smart-TV-Raum. Haben wir auch vielleicht zu Hause, also Fernseher, die nicht mehr nur noch zum Fernsehgucken da sind, sondern wie Sie Apps installieren können, wie die YouTube-App, um hier Videos zu streamen. Die gibt es aber auch im Unternehmensbereich. Das heißt, Sie stellen diesen Fernseher in den Besprechungsraum, binden ihn ans Netzwerk an. Konfigurieren Sie denn hier auch den Port, dass dieses Gerät nicht alles im Netzwerk darf, weil im Endeffekt steckt hier auch ein Computer dahinter. Das heißt, Sie holen sich hier ein Netzwerkgerät und geben Ihr Netzwerk rein, gucken Sie dann tatsächlich, welche Rechte dieses Gerät hat. Ich habe auch mal geguckt, was könnte da denn stattfinden. Und so gab es hier einige Modelle, die diese Thumbnails, also zum Beispiel die Logos der Sender, unverschlüsselt übertragen haben. Das heißt, hier hätte man mit einer Man mit einer Mittelattacke unter Umständen sich dazwischen schalten können und über diesen Wege versuchen können, Schadsoftware hier einzuschleusen. Das ist jetzt nur exemplarisch einfach mal ausgegriffen. Es gibt eine ganze Menge und wofür dies stehen soll, ist eigentlich, dass wir uns bewusst machen, dass wir im Endeffekt nicht uns nur absichern können, indem wir ein starkes Kennwort verwenden. Wie dieses aussehen kann, zeige ich gleich auch mal, sondern dass wir im Endeffekt wissen, mit diesen ganzen Geräten, die uns mehr Technologie, vielleicht mehr Luxus ins Netzwerk, ins Leben bringen, im Endeffekt auch wiederum Schwachstellen mit reinkommen. Welche wirklich grundlegenden Tipps gibt es hier, um hier vorzubeugen? Das ist zum Einen nicht mehr unbedingt Never-Touch-Earning-System, sondern wirklich zu gucken, die Firmware ist hier auf der aktuellsten Stand. Auch hier wieder angefangen bei einer einfachen WLAN-Steckdose. Wird diese vom Hersteller gepflegen, erscheinen hier Updates für die Software. Falls nicht, weil Sie sich was kaufen. Nach drei Monaten gibt es schon nichts mehr, ist halt die Frage, ob das der richtige Hersteller in diesem Bereich ist. Genauso gibt es viele Produkte in diesem Bereich, die kaufen Sie sich. Die haben eine Administrationskonsole installiert und teilweise in der Voreinstellung relativ simple Kennwerte, teilweise eine Eins, haben wir da auch schon gesehen, vom Hersteller so ausgeliefert, die eben unbedingt auch diese Daten ändern. Wie das Beispiel eben mit dem NAS-System zeigt, die Daten, die Sie abspeichern, vielleicht, wenn Sie Ihre Datensicherung anlegen. Gucken Sie, dass Sie zumindest die kritischen Daten wenigstens ein verschlüsseltes SIP-Archiv speichern und nicht einfach pur auf diesen Festplatten dort hinterlegen. Aber ich denke, am allerwichtigsten ist hier das Verständnis dafür. Das Verständnis dafür, dass theoretisch alles, was wir uns irgendwie hier anschaffen, direkt werden kann und damit eine Schnittstelle zu Ihren Daten bilden kann. Für die ganzen Pre-Honoiden unter uns gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, den Netzwerkverkehr zu überwachen, also zu gucken, im Fernseher die Steckdose, was wird denn hier überhaupt an Daten rein- und rausgetragen in die Netzwerke. Als Prognose, wenn wir uns das anschauen, vielleicht für dieses, nächstes Jahr im privaten Bereich, zum Beispiel bei den Fernsehern, bei den Smart-TVs, kann es dazu führen, dass hier versucht wird, Schadstoffe reinzubringen, die eine verliebende Werbung-Anzeige während des Fernsehschauens. Im Unternehmensbereich sehen wir aber definitiv Angriffe auf Geräte wie Netzwerkdrucker, die hier gezielt diese Sprachstellen ausnutzen, um an ihre Daten und Unternehmensherzwege anzukommen. Jetzt haben wir uns immer angeguckt, die verschiedenen Sicherheitslücken in der Software und in der Hardware. Wir berücksichtigen aber zwar immer mehr, aber noch nicht oft genug die größte Sicherheitslücke, nämlich die, die vor dem Monitor sitzt, an dieser Stelle wir selbst. Da gibt es mittlerweile eigene Felder, die sich damit beschäftigen, also wieso wir uns wie, wenn wir online sind, verhalten, eben dieses Cyber zu lösen. Hier gab es eine ganz gute Studie von Facebook, die wurde letztes Jahr veröffentlicht, durchgeführt im vorletzten Jahr. Hier wurden 700.000 Startseiten von Nutzern, ohne dass sie es wussten, manipuliert. Hier wurde eine Woche lang entweder überwiegend positive oder überwiegend negative Beiträge angezeigt, die sich hier auswerten nach dieser Zeit, dass man sehen konnte, wer viel Positives gelesen hat, postet entsprechend positiv, verhält sich selbst ganz anders. Wer viele negative Beiträge in dieser Woche gesehen hat, ist die Nachrichten geschrieben werden, dass was gepostet wird, derjenige ist ebenfalls schlechter drauf. Also das hat Auswirkungen auf die Psyche. Was wir auch kennen ist, wir gehen vielleicht auf eine Tür zu, die soll uns jetzt gleich durch den Öffner automatisch aufgehen. Oder Sie sitzen nach einem PC, arbeiten nach drei Stunden ohne vielleicht eines Backups zwischen und durch, hängen sich diese auf, Ihre Daten sind weg. Dann neigen Sie dazu, Ihr altes Hirnmuster zurückzufallen, weil unser Hirn entwickelt sich seit tausenden von Jahren und ist erst jetzt plötzlich konfrontiert mit diesen scheinbar menschlich denkenden, integrierenden Maschinen. Also ein Computer, der macht das ja nicht mit Absicht. Genauso wie die Tür, die einen Fehler hat, die also nicht mit Absicht diese Tür nicht aufgemacht hat. Wenn wir das aber sehen, sind wir einfach bei unserem Gehirn 2.0 noch nicht angekommen. Und da sind die Schwächen der menschlichen Psyche, die uns dann dazu verleiten, die menschliche Emotionen hochkommen zu lassen, zu diesen Beläten. Und genau das sind die Schwächen, die auch die Programmierer der Schadsoftware ausnutzen. Das heißt, was hier für unser sicherheitsrelevantes Verhalten wichtig ist, dass wir uns diesen Schwächen bewusst werden, weil genau das tun diese entsprechenden Kriminellen, die dieses ausnutzen, eben auch. Zum Beispiel bei dem Social Engineering, was wird hier ausgenutzt? Das Vertrauen, die Autorität, die Hilfsbereitschaft und auch die neue Gierde von uns. Das Vertrauen beispielsweise dadurch, dass Sie eine gefakte E-Mail bekommen, vielleicht von einem Freund. Da ist ein Link drin hier, da ist was Lustiges, klickt doch mal drauf. Sie vertrauen natürlich diesem Absender und klicken diesen Ding an. Auch bei der Autorität, Sie bekommen vielleicht eine E-Mail, eine gefakte E-Mail von Ihrem Vorgesetzten oder von der IT-Abteilung mit einem Patch, mit einem vermeintlichen Patch drin, steht, der ist jetzt wichtig, der muss noch bis heute Abend eingespielt werden. Was machen Sie vielleicht? Doppelklicken diese Datei und möchten diesen vermeintlichen Patch inszenieren, weil Sie eben hier die Autorität angegriffen haben. Hilfsbereitschaft ist auch ein Beispiel, dass Sie zum Beispiel eine E-Mail bekommen, auch eine gefakte, dort sollen Sie Geld spenden. Kommt vielleicht von einer Hilfsorganisation, alles gefakt, aber Sie sollen die eben Geld überweisen, um für irgendwas zu spenden. Oder ein vermeintlicher Freund, der vielleicht in Not ist und Ihre Hilfe braucht und Sie auch fordert, auch hier Geld zu überweisen. Und die Neugierde kennen wir sowieso, wenn wir eine E-Mail bekommen oder auch irgendwie einen Link oder Bilder, Dateien. Wir wollen sehen, was verwebt sich denn hinter diesem Link, was ist in dieser gepackten Datei vielleicht irgendwie drin. Und da gab es ein ganz gutes Beispiel auch wieder in diesem Buch Blackout. Es war so eine E-Mail von der ergeblichen Personalabteilung, die wurde geschickt an eigentlich eine Person, mit Absicht aber an alle. Dort war ein Anhang drin, nämlich eine Datei, die hieß so Kündigungswelle Mitarbeiter. Jeder bekommt was, also wollte man hier machen, natürlich, man ist wieder hier neugierig, die Neugierde wird ausgenutzt. Man klickt auf diese Datei, wird sehen, ob man auch in dieser Datei draufkommt. Das kann man auch mit USB-Sticks machen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, einen Schatz auf USB-Sticks zu kopieren und diese auf dem Unternehmenswundstück liegen zu lassen. Als hätte man sich dort verloren, vielleicht auf irgendwelche Toiletten wiederzulegen, dass eben auch jemand diesen USB-Stick nimmt. Dann passt es wieder zur Neugierde der Menschen, was wird gemacht, dieser USB-Stick wird irgendwie mitgenommen. Man will wissen, was ist an irgendwelchen interessanten Daten vielleicht auf diesem Stick drauf. Und wird den in irgendeinem PC reinstecken, um nachzugucken. Hier wird also ganz klar die Neugierde wieder ausgenutzt, um diese Schadsoftware übertragen zu kopieren. Und auch die Hilfsbereitschaft am Beispiel der USB-Sticks, dass jemand vielleicht mit einem infizierten Stick ins Netzwerk oder in ein Unternehmen reingeht. Dort am Anmeldethesen sagt, er hätte jetzt hier gleich ein Vorstellungsgespräch. Hier wird noch ein Fehler entdeckt in seinem Lebenslauf. Hier ist eine korrigierte Datei und ob die Kollegin den bitte ausdrucken würde einmal, damit er gleich fehlerlos in sein Gespräch angekommen kann. Und auf diesem Stick kann ebenfalls Schadsoftware sein. Am wichtigsten hier aber wieder der Punkt, dass wir unseren Mitarbeiter, unseren Kollegen mit Awareness-Schulungen das bewusst machen. Das heißt nicht nur den Kollegen selbst, sondern am besten auch das nähere Umfeld. Und was bringt das, wenn der Kollege weiß, wenn er in Spanien im Urlaub ist, soll er nicht unbedingt wussten, dass sein Haus gerade leer steht mit GBS-Koordinaten. Er befindet sich in Spanien. Wenn es dann aber vielleicht ein anderes Familienmitglied macht und ihn als Teilnehmer dieser Reise zwizit. Das heißt auch hier mit diesen Awareness-Schulungen, die es gab. Wir haben gezeigt zu einer Auswertung mal, dass das Bedrohungspotenzial vorher bei knapp unter 50 Prozent lag dieser Person. Nach einer Awareness-Schulung ist es gesunken auf knapp unter 30 Prozent. Also man kann hier es auch nicht jedem näher bringen. Aber diese Awareness-Schulungen für Mitarbeiter und Kollegen, die helfen wirklich. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt, diese sozialen Netzwerke zu nutzen, beziehungsweise welche Gefahren lauern für uns? Natürlich die Verbreitung von Chartsoftware durch Drive-By-Downloads, indem Sie auf links draufklicken. Aber auch der Diebstahl von Kontodaten, Kreditkartendaten, dadurch, dass Sie vielleicht hier auf Shops geleitet werden, auf den Sie irgendwelche neuen Indie-Hüllen vielleicht kaufen möchten und geben hier wieder Ihre Kreditkarteninformation an. Sie bringen hier auch Ihre Freunde in Gefahr, dadurch, dass Sie vielleicht unwissentlich auf interessante Sachen klicken, fällt mir, teilen eventuell weiter und hier wird wieder das Vertrauen vielleicht ausgelöst. Das heißt, Ihre Freunde sagen, naja, der hat es ja auch mehr angeklickt, da ist bestimmt was Lustiges hinter. Und so geht es dann weiter. Auch wenn diese Plattformen genutzt werden, um hier vielleicht eine ergebenskritische Information auszutauschen, kann dies an falsche Hände gelangen. Auch dafür sind diese Seiten nicht gedacht. Und man geht auch ungefähr davon aus, dass es bis zu 15 Minuten dauert, bis der Mitarbeiter, der auf diesen Seiten des Hörftern wieder in seinen Arbeitsfluss reinfindet. Das heißt, man kommt hier auf ungefähr eine Stunde pro Tag pro Mitarbeiter-Arbeitszeitverlust durch das Surfen auf dieser Seite als solches und der entsprechende Zeit hinterher, die es dauert, bis man wieder so weiter arbeiten kann für zuvor. Ein weiteres Beispiel ist eben, auch wenn Sie Ihre Profile nicht ausreichend gesichert haben, Sie also vielleicht immer kosten, wenn Sie unterwegs sind, joggen mit Startpunkt, Endpunkt, mit der Zeit. Vielleicht gibt es hier Muster. Sie sind immer am gleichen See, joggen immer samstags, vielleicht um 14 Uhr. Man weiß also eventuell, wo Sie vielleicht unterwegs sind am nächsten Samstag. Man kann dort gezielt ein USB-C liegen lassen. Man kann aber vielleicht auch Hand der Start am Endzeitpunkt und der Lokalisation sehen, wo wohnen Sie vielleicht. Man kann dann gucken, wenn Sie Mitarbeiter der Tierentfeilung vielleicht sind, Lässt sich über Xing zum Beispiel herausfinden. Ihren Müll mal durchsuchen. Es sind dort entsprechende Dokumente zu finden, die Ausschlüsse geben auf die Struktur des Netzwerks. Welche weiteren Gefahren sehen wir noch in diesen Bereichen? Zum Beispiel die Hotspots. Kennen wir? Nutzen wir selbst auch? Wie kann das zum Beispiel ausgenutzt werden? Sie gehen in den Schlosspark oder in einem Park, setzen sich hin, klappen Ihren Notebook auf oder Ihr Tablet an und sehen dann freies Internet hier im Schlosspark. Was kann passieren? Sie verbinden sich, surfen, rufen Ihre E-Mails ab, gehen vielleicht einkaufen, wählen sich auf sozialen Seiten ein. Was hier möglich ist, dass dies gar kein offizierler Hotspot ist, sondern jemand anders vielleicht drei Parkbänke weiter sitzt und hat diesen Hotspot selbst im Betrieb an seinem Gerät, gibt diesen für Sie frei und kann hier als Man in the Middle im Endeffekt alles mitspeichern, was Sie hier im Internet machen. Und so auch ein anderes Beispiel nach dieser Messe, Sie fahren vielleicht mit dem Zug wieder nach Hause, immer mal eine längere Strecke nach München. Auch hier finden Sie ja, es gibt diese Hotspots, auch teilweise gefakte Hotspots. Sieht dann so aus mit einem der Heistern Hotspot in CI Telekom. Sie verbinden sich mit dem, der sitzt vielleicht auch im Nebenabteil mit einer entsprechenden Sendeleistung, dass er den eigentlichen Originalen übertübt. Und Sie landen auf dieser gefakten und in der Regel gut gefakten Startseite dieses Hotspots mit einer Meldung heute im Internetsurfen im Angebot vielleicht 24 Stunden 49 Cent. Sie geben Ihre Kritikkartennummer mit Prüfziffer ein. Und Sie glauben gar nicht, wie viele Kritikkartennummern, nur wenn man auf einer ICE-Fahrt einmal durch Deutschland tatsächlich damit sammeln kann. Ein anderes Punkt ist diese Ransomware. Kann so aussehen. Das heißt, Ihre Festplatte wird verschlüsselt. Sie müssen anschließend Strafe zahlen, damit Sie an Ihre Daten wieder rankommen. Gibt es mittlerweile übrigens auch für mobile Geräte, also für Smartphones, dass diese verschlüsselt werden. Gibt es aber auch noch in ganz anderen Ausprägungen. Zum Beispiel, dass Sie eine Meldung bekommen auf Ihrem System. Ich habe pornografische Inhalte gefunden und Sie müssen jetzt Strafe zahlen. Das gibt es jetzt in Version 2.0. Das heißt, Beklein mit einer Meldung. Und diese Bilder liegen bei Ihnen unter 10.0. Wechsel. Bilder zum Beispiel. Wenn Sie dann nachgucken auf Ihrer Festplatte, dann sehen Sie dort tatsächlich entsprechendes Bildmaterial. Weil nämlich diese Schadsoftware beigeht und entsprechendes Material hier runter auf Ihrer Festplatte anspeichert, um den Druck zu erhöhen, dass Sie doch jetzt diese Strafzahlung leisten. Mobile Schadsoftware genauso mittlerweile analog zu den Schädlingen, die es auch für normale Geräte gibt. Teilweise noch mit dem Unterschied, dass hier über 60 Prozent dieser Schädlingen Bot-Netzwerk-Funktionalitäten sind. Wir bringen aus einem ganz einfachen Grund. Bot-Netzwerk auf der Welt verteilen ist ja immer je nach Zeitzone auf der Weltkugel und Arbeitszeit. Immer nur ein bestimmtes Quad-Ticket, gerade online, verfügbar dafür. Aber dieses Smartphone selbst, wann schalten wir die denn mal aus über Nacht? In der Regel machen wir es nicht. Die meisten von uns sind nachts an. Das heißt, wenn wir diese Teil eines Bot-Netzwerks werden, weil sie infiziert sind, hat im Endeffekt derjenige hier weltweit zeitzumübergreifend recht große Spot-Netzwerke zur Verfügung. Auch die Überfälle auf Bankautomaten und Banken nehmen zu. Für uns als Privatanwender oder eben nicht Bank selbst erfreulicher auch für uns, nehmen sie im Moment eher ein bisschen ab. Es kann also so aussehen, eine Bank wird angegriffen und hier Bilder angegriffen. Oder auch, dass entsprechende Weltautomaten angegriffen werden. Diese infiziert werden und es dann vielleicht bestimmte Zeitfenster gibt. Zum Beispiel in der Nacht von Sonntag auf Montag von 2 bis 5 Uhr. In dieser Zeit kann eine PIN eingegeben werden, eine bestimmte. Dadurch wird im Endeffekt ein Minim aktiviert und über eine zweite PIN dieser Kurier, der jetzt das Geld dort abholen soll, telefonisch anfordert und diese dann eingeben, wird diese Geldzone ausgespuckt. Das immer nur in einem bestimmten Zeitfenster, damit es nicht zu auffällig ist. Und diese zweite PIN telefonisch aus dem Grunde, damit im Endeffekt der Kurier hier keine alleingegenunternehmen kann. Wer noch Windows XP im Einsatz haben muss, kennt das auch, es wird nicht mehr gepatcht. Das heißt, alle Schwachstellen, die hier irgendwie gefunden werden, sind Zero-Nail-Schwachstellen für uns. Wichtig ist also hier, dass man, solange man dieses System benutzt, zumindest Funktionalitäten nutzt, wie eine Kaspersky Advanced Explore Protection, also Technologien, die verhindern können, dass Schwachstellen ausgenutzt werden, auch wenn diese noch nicht bekannt sind. Hier einfach durch das Verhalten der Dateien wird erkannt, dass hier diese Dateien was macht, was sie eigentlich nicht sollte. Auch hier kann diese Schwachstelle natürlich nicht geschlossen werden, aber die Anwendung daran, die hinterher werden, diese auszulassen. Welche besorgniserregenden Trends sehen wir momentan? Zum Beispiel das fahrerlose Fahren. Natürlich aus dem Grunde, dass diese Systeme selbst angegriffen werden können, aber auch aus Grunde der Privatsphäre. Denn hier wird im Endeffekt ein komplettes Bewegungsprofil ihres Lebens erstellt. Wo wohnen sie, wo fahren sie zur Arbeit, wo wohnen ihre Freunde, wo haben sie vielleicht ihre Hobbys, lässt sich alles anhand dieser Statistik nachvollziehen, wenn diese in falsche Hände gelangen. Und auch die Drohnen sind ein Beispiel im Moment noch nicht allzu weit entwickelt, deswegen eben auch als Trend. Sie sitzen vielleicht auf dem Balkon im Garten, sonnen sich, es taucht eine Drohne auf, fliegt sie, ein kleiner Jinn kommt da vielleicht. Oder eben auch, sie sitzen im Schlossgarten, an ihrem Notbuch arbeiten dort, loggen sich auf verschiedenen Seiten mit ihrer E-Mail-Adresse ihrem Kennwort ein, und eine entsprechend kleine Drohne mit einer Hochauflösungkamera filmt ihre Tastatur, ihr Notbuch, und sieht letztendlich, auf welchen Seiten sie gerade sind, und welche Kennwörter sie dort einbieten. Das verhält sich auch mit den Gesundheits-Fitness-Sensoren so, sie haben ja irgendwas vielleicht dann ums Handgelenk, das wisst ihre Gesundheitsdaten, und die werden irgendwo in der Cloud gespeichert, sie wissen ja gar nicht, wo diese Daten landen, sie wissen schon gar nicht, wie diese überhaupt geschützt werden. Also auch wenn diese Daten in falsche Hände gelangen, hat unter Umständen jemand anders und besser überlegt über ihren Krankheitsverlauf oder Krankheitsbild als sie selbst. Diese Smartbooks, die hatte ich ja initial angesprochen, so dieses Internet der Dinge, was immer mehr wird, sprich nicht nur noch der PC, die Route, in den es zu schützen gilt, oder wo man eben seinen Schwerpunkt drauf legen sollte, sondern diese vielen kleinen Fenster, die sie im Endeffekt öffnen. Sie haben mit dem Router und dem PC vielleicht die Tür, die sie nun abgesichert haben, auch im Laufe der Jahre, und jetzt kaufen sie immer mehr Gegenstände, die eine Verbindung mit dem WLAN haben, die eine Verbindung nach draußen haben, und schaffen sich hier immer mehr offene Fenster an ihrem Smartbook. Aber das wird auch in Zukunft letztendlich immer mehr werden. Das Kennwort hatte ich vorhin kurz angerissen, wie kann hier ein sicheres Kennwort aussehen, und zwar so, dass Sie es vielleicht auch noch merken können. Man muss ja hier auch immer den Kontrabiss finden zwischen Bedienbarkeit und Sicherheit. Jetzt schauen Sie sich hier mal, Sie sehen schon die Macht der Sonderzeichen, die Zeiten an, die dahinter stehen. Das sind Zeiten, wie es dauert, ein entsprechendes Kennwort mit einer Brute-Force-Attacke zu knacken, mit einem handelsüblichen PC, wie wir ihn zu Hause aufstehen haben. Und Sie sehen hier auch, wie wenn Sie Sonderzeichen verwenden, dieses Ganze exponentiell in die Höhe geht. Wenn Sie jetzt hier unten blog.spsg.com-Passwort-Check mal aufrufen, haben Sie hier eine Seite, dort können Sie verschiedene Kombinationen mal ausprobieren. Mal gucken, wie verhält sich das, wenn Sie Berufsschreiben verwenden, Berufsschreibungen hinzufügen, Zahlen, Sonderzeichen hinzufügen. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, vielleicht mal ein Muster auszuprobieren, wie Sie sich sichere Kennwörter erstellen können, diese aber im Endeffekt auch noch irgendwie zu merken sind. Das Ganze gibt es übrigens auch auf Klingonisch. Wer das gerne sehen möchte, oben rechts dieses Symbol anklicken. Ich verzichte an dieser Stelle einfach mal darauf, wie wir das Jahr 2015 aktuell sehen, und gehe mal 30 Jahre weiter. Wieso 30 Jahre? Es ist ungefähr diese Zeit her, die wir uns jetzt mit diesen PCs mehr beschäftigen, zu Hause oder auch im beruflichen Umfeld. Das heißt, wie sehen wir, muss man in Ihrem Wort zu sagen, so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, die Zeit 30 Jahre später. Zum Beispiel Roboter gibt es überall. Die müssen wir uns nicht nur so vorstellen, wie wir sie hier vielleicht sehen, mit Arm, Bein, Gesicht, sondern so wie sie vielleicht sogar schon teilweise zu Hause haben, die fahren durch unser Haus, saugen unser Wohnzimmer, sie mähen unseren Rasen. Das heißt, das sind die Anfänge davon. Da sehen wir definitiv die Zukunft. Die Computer, wie wir sie heute auch in der Masse verwenden, um daran zu arbeiten, werden weniger werden. Es wird viel mehr Gadgets, eigene Geräte geben, die im Endeffekt in der Summe letztendlich das ersetzen werden, was wir jetzt mit den PCs machen. Ebenso die Smart Rooms, haben wir initial gesagt, werden stark ansteigen. Und auch wird es eine weitere Vermischung von Menschen und Maschinen geben. Teile des Skeletts werden immer mehr abgebildet und auch computertechnisch gesteuert, sowie zukünftig auch Organe, was wiederum dazu führen kann, dass unsere Lebenserwartung noch mehr steigt. Und hier als letztes Beispiel zum Beispiel den 3D-Druck. Im Moment noch ein bisschen rudimentät bei uns, kann in Zukunft aber ganz anders aus, dass wir uns sämtliche Alltagsgegenstände, und wenn es der Schraubenzieher ist, den wir jetzt gerade brauchen, um irgendwas zu operieren, uns drucken müssen, weil wir eine bestimmte Größe brauchen. Im Garten, wenn wir eine Blume umtopfen möchten, drucken wir uns diesen Blumentopf, was aber auch dazu führen kann, dass wir später Teile unserer Häuser, die wir bauen, hier sehr individuell gestalten können, und hier auch unsere Häuser entsprechend mit diesen Technologien bauen zu können. Wieso habe ich darauf verzichtet, was wir jetzt sehen? Es ist relativ viel. Sie können gerne an unserem Stand sich diese Broschüre abholen. Das hat nichts mit unseren Lösungen zu tun, das ist einfach mal, die bringen wir jedes Jahr raus. Da geht es darum, wie hat Kaspersky das Jahr 2014 wahrgenommen. Sie haben teilweise als Kaspersky-Kunde, egal ob Privatkunde oder Unternehmenskunde, hier haben mitgearbeitet, da hier auch Statistiken berücksichtigt werden, dadurch, dass die Software von uns, die Sie im Einsatz haben, entsprechende Bedrohungen erkennen kann, und das natürlich hinterlegt wird. Hier steht aber auch drin, wo geht die Reise hin dieses Jahr, nächstes Jahr, und auch, was Sie in den letzten Monaten immer in der Presse gehört haben, dass es bestimmte Angriffe auf Unternehmen gab, ganz egal jetzt erstmal, aus welchem Land sie kamen, wo sie hingingen. Hier haben diese Angriffe stattgefunden. Das heißt, hier, je nachdem, wen es interessiert, gibt es technische Beiträge, es gibt auch oberflächlich, also einfach gerne, dass bei uns hier am Stand B16 die links runter abholen, und dort auch meine Kollegen oder mich ansprechen. Ansonsten danke ich an dieser Stelle erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020